1, 2, 3, ein Tipp. 1, 2, 3, ein Tipp. Und wie mein Schwierig, ne? Also einmal nach rechts drei Schritte, Tipp. Einmal nach links drei Schritte, Tipp. Drei Schritte zurück. 1, 2, 3, Tipp. So, jetzt kommt dreimal nur ein Schritt. Das heißt, wir gehen links vor, rechter Fuß, Tipp. Rechts rück, linker Fuß, Tipp. Links vor, rechter Fuß, Tipp. Nicht frontal stehen, die linke Seite etwas nach vorne halten. Da geht es besser. Der letzte Tipp, den kann ich mal so als ein Fersen-Stock. Und zwar einfach mal so hin mit der Hacke, aufschlagen, Bein hoch. Einmal nach links drei Schritte. Kurz auf den Hinweis auf den Hinweis auf den Hinweis auf den Hinweis auf trên Hab aux Fersen. Danke. Oh Also das war ein Freestyler, das ist ein Klassiker, seit 20 Jahren wird der Holzerisch zu gehen. Das ist ein Freestyler, in letzter Zeit ein belgischer Freestyler. Und zwar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rechter Fuß, Hacke nach vorne, 1, 2, linker Fuß, 1, 2, alles doppelt. So jetzt kommt der rechte Oberschenkel diagonal nach links und da geht der linke Arm zum Oberschenkel. Das machen wir auch zweimal. Oberschenkel, Oberschenkel, andere Seite, wieder doppelt. Und jetzt kommt es zu einfach, Kick rechts, Kick links, Kick, Kick. Wir springen auseinander und zusammen. Und beim Auseinander bringen wir uns eine Viertelhebung nach rechts an. Nein. BAM BAM, wir sind sattet, du zäu mit mir auf und auf das использовать, es handelt sich so leichter, wenn ich kd». Entlang darf man erwarten, wie es «Telious, du Dörrstand in den Markt. Und ich kann hier das machen, auf sie muss es uns patienten.» Main-Ausse! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Thank you.